wunderschönen guten morgen wir schreiben den 13 dezember und das hier ist das 3 in 1 objektiv nennt sich monoclip mit scharfem k das prinzip sollte bekannt sein vom oloclip der tut so was ähnliches bietet drei objektive die man andersrum aufstecken kann eins lässt sich abschrauben das ganze gibt es in zwei varianten einmal hat man fischauge makro und weitwinkel und was hier im bild zu sehen ist das ist der monoclip 2 fischauge makro und tele nicht zu übersehen das ganze ist natürlich für ein iphone 5 oder 5s ist aus so einer kunststoff aluminium kombination verkratzt nicht ich habe das jetzt schon mehrere monate in gebrauch und man macht damit ganz schöne fotos ist recht günstig für 30 euro finde ich das einen fairen preis bringt halt so ein bisschen pep in die normalen instagram aufnahmen oder woher man seine fotos hinschiebt dieser tage danke fürs zuschauen und bis morgen samstag